Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Tutorial werden wir einen Workflow in JTL-Wabi einrichten. Sobald ein Auftrag angelegt wird, der mindestens über einen Artikel verfügt, der entweder als Gefahrgut oder als Sperrgut gekennzeichnet ist, soll die Versandart automatisch auf Spedition geändert werden. Dabei wird bei Gefahrengütern auf das Vorhandensein einer Gefahrennummer geachtet und bei Sperrgütern auf eine aktivierte Checkbox Spedition in den eigenen Feldern. Eine nachträgliche Änderung der Versandart kann bedenkenlos vorgenommen werden. Der bereits im Auftrag vorhandene Versandpreis bleibt bei dieser Anpassung unverändert. Wir öffnen die Workflows unter Einstellungen Workflows. In der Workflow-Verwaltung wechseln wir in den Reiter Aufträge. Als auslösendes Ereignis wählen wir Auftrag erstellt und klicken auf Hinzufügen. Dann vergeben wir einen sinnvollen Namen für unseren neuen Workflow. Unter Anwendung bestimmen wir, für welche Anwendung unser Workflow greifen soll. In unserem Fall soll nur JTL-Wawi aktiviert bleiben. Unter Ausführungszeitpunkt lassen wir sofort aktiviert, da unser Workflow immer sofort ausgeführt werden soll, wenn ein Auftrag mit Sperrgütern bzw. Gefahrengütern übernommen wird. Jetzt legen wir die erste Bedingung fest. Dafür klicken wir auf Neue Bedingung und dann in das leere Feld. Wir möchten die Versandart immer dann auf Spedition ändern, wenn ein Auftrag eine Position mit einer Gefahrennummer enthält. Daher hangeln wir uns hier zu diesem Feld durch. Also Auftrag, Auftragsposition, Position, enthält, Artikel, Gefahrennummer. Im Dropdown wählen wir den Operator Ist nicht leer aus. Damit haben wir die erste Bedingung erledigt. Wir möchten aber auch noch auf unser eigenes Feld Spedition prüfen und dann gegebenenfalls die Versandart anpassen. Also fügen wir eine weitere Bedingung hinzu. Auch hier klicken wir wieder ins leere Feld und klicken uns zum eigenen Feld Spedition durch. Bitte beachten Sie, dass Sie nur auf dieses Feld prüfen können, wenn Sie dieses vorher in den eigenen Feldern eingepflegt haben. Nähere Informationen über das Einpflegen von eigenen Feldern finden Sie in einem anderen Tutorial und in unserer Online-Dokumentation. Wir finden das eigene Feld unter Auftrag, Auftragsposition, Position, Enthält, Artikel, eigene Felder, Versandeigenschaften, Spedition. Als Operator wählen wir gleich Wahr aus. Da wir jetzt zwei Bedingungen für unseren Workflow definiert haben und der Workflow schon bei einer erfüllten Bedingung ausgeführt werden soll, wählen wir die entsprechende Checkbox oberhalb aus. Jetzt, wo wir das auszulösende Ereignis, den Zeitraum und die Bedingungen definiert haben, müssen wir noch eine Aktion bestimmen, die ausgeführt werden soll. Dafür klicken wir auf Neue Aktion. Im Dropdown wählen wir Versandart ändern aus. Jetzt legen wir fest, welche Versandart verwendet werden soll. Hier wählen wir Spedition aus. Dann sind wir mit der Einrichtung des Workflows fertig und speichern mit einem Klick auf OK. Immer wenn jetzt ein Auftrag in JTL-Wawi übernommen oder angelegt wird, prüft unser Workflow, ob auf eine Position eine unserer Bedingungen greift und wenn das passiert, erhält der Auftrag automatisch die Versandart Spedition. Dies war ein Video-Tutorial über die Einrichtung eines Workflows und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen.